Auf dem Weg zum Erfolg ist es wichtig, dass du permanent Entscheidungen triffst. Erfolgreiche Menschen haben sich zum Erzieme gemacht, immer und immer, jeden Tag Entscheidungen zu treffen. In dem Moment, wo du weißt, wo deine Reise hingeht, ist es auch wesentlich einfacher, die richtigen, entsprechenden Entscheidungen zu treffen, weil du weißt genau, was führt dich zu deinem Ziel, du weißt aber auch, was führt dich von deinem Ziel weg. Alles, was dich von deinem Ziel wegführt, das lässt du. Alles, was dich zu deinem Ziel führt, das tust du intensivieren und verstärken. Ein wunderschönes Spiel, das Spiel der Entscheidungen. Spiel du es auf der höchststehenden Klaviatur, nutz alles, was dir nur zur Verfügung steht. Ich vergleiche das gerne mit einem Pianospieler. Viele, viele Tasten stehen zur Verfügung. Die meisten Menschen klempern immer nur auf einer Taste rum. Erfolgreiche benutzen die gesamte Klaviatur der Entscheidungen des großartigen, ganzheitlichen Lebens. Wichtig ist für dich, dass du weißt, wohin deine Reise gehen soll. Hab ganz, ganz große, hohe Ziele, sodass es sich für dich auch lohnt, dass du dich entsprechend engagierst, anstrengst, eine extra Meile gehst. Mehr machst du als alle anderen Menschen. Das ist die richtige Entscheidung für dich. Und komm auch immer ganz, ganz, ganz schnell zu deinen Entscheidungen. Das ist ein weiterer, sehr wichtiger Faktor. Nicht lange überlegen, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Komm zu einer Entscheidung, mach es und du hast die ersten Ergebnisse und du kannst dich daran erfreuen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß auf deinem Lebensweg mit ganz, ganz vielen Entscheidungen, Entscheidungskraft. Und ich freue mich sehr auf morgen. Tschüss, bye, bye, dein, euer Ernst Krammeri auf der Rückfahrt von St. Moritz nach Deutschland, jetzt gerade in Riegel.